Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Linux Native. In dieser Serie möchte ich euch verschiedene Spiele vorstellen, die eine relative Linux-Unterstützung bieten, weil das einfach mehr Aufmerksamkeit verdient. Außerdem erzähle ich etwas über das jeweilige Spiel und ob es bekannte Probleme gibt und wie man diese lösen kann, falls möglich. Keine Sorge, hätte diese Videos so spoilerfrei wie es geht, mit Ausnahme des Gameplay-Materials natürlich. Heute möchte ich euch Skyroot von Fractal Face vorstellen. Skyroot ist ein Arcade-Kampfflug-Simulator der alten Schule und erinnert mich an meine frühe Kindheit, als ich zum ersten Mal einen 3D-Fuchsmulator gespielt habe. Das Spiel hat sogar den gleichen Flair in sich und schaut stilistisch, minimalistisch und sehr gut zur selben Zeit aus. Das einfache Art-Design, die Sound-Effekte, die Musik, ja sogar die Benutzung, Oberfläche ergänzen die Gesamterscheinung wunderbar und macht das Spiel zu einem gelungenen Nachfolger alter Flugsimulatoren, die der eine oder andere von euch sicherlich noch von früher kennt. Auf jeden Fall ist es einer meiner Lieblingsflugsimulatoren, den ich seit langem gespielt habe. Deine Aufgabe als Pilot ist einfach, zerstöre deine Ziele und lass dich nicht vom Himmel holen, ansonsten fang von vorne an. Je weiter dein Fortschritt ist, desto vorderner und schwieriger werden deine Gegner, nicht nur in der schieren Anzahl, sondern auch in ihren Fähigkeiten und Stärken. Darüber hinaus bekommst du für jeden besiegten Gegner Credits und Technologie-Punkte. Während du die Credits nach jeder Mission für Upgrades seiner Waffen, Flugzeuge und Spezialfähigkeiten wie Flares oder Nachbrenner ausgeben kannst, kannst du die Technologie-Punkte nur dann einsetzen, nachdem du abgeschossen wurdest, um neue Flugzeuge, Waffen oder Addons freizuschalten. Also scheitern ist nicht unbedingt schlecht in diesem Spiel und gibt dem Ganzen eine Menge Wiederspielwert und mildert den Frust, den du eventuell nach einem Game Over fischst, ab. Allerdings kannst du Technologie-Punkte sparen, um zu einem bestimmten Checkpoint zu springen. In diesem Spiel werden sie Tage genannt. Auf diesem Weg musst du nicht alles nochmal von vorne spielen. Ein weiteres cooles Feature des Spiels sind die zufällig generierten Karten. Das heißt, du fliegst niemals wirklich über denselben Inseln. Klar gibt es bestimmte Themen wie Wald, Wüste oder Eis, an denen sich der Generator orientiert, aber die Form der Inseln und die Position der Ziele sind niemals dieselben. Was für Wiederspielwert auf jeden Fall nochmal erhöht. In meinen Augen haben die Entwickler alles richtig gemacht, um es so einem absolut großartigen Spiel zu machen und ich lege es euch hiermit wärmstens ans Herz. Aufgrund seiner minimalistischen Natur läuft es sogar wunderbar auf alte Hardware mit meinem 8 Jahre alten Laptop. Das war's für Wiederspielwert. Außerdem empfehle ich es mit Gameplay zu spielen, weil es einfach angenehmer ist. Wenn du also auf Flugsimulatoren stehst und es dich nach einem gutem Shoot & Up der alten Shooter dürstet, dann ist dieses Spiel ein Muss. Es läuft wunderbar und ich bin über kein einziges Problem gestolpert. Das wäre es für das heutige Video und ich wünsche euch eine Menge Spaß bei dem folgenden Gameplay und einen wunderschönen Tag. Zeit Originally ist einwunderschönen Tag, by als时 Harry den Konsum zu beginnen. Die Güven sind lange aus, in der Moment einer Aktivität lege ins Gewaltang wird erördaten. leicht aus James Battle Tomin Tumpe ma6arten in workers zu gehen… canos noch Finanzilation für dissipieren! DenkASE promoteee youth zu sich damit, dieぉ. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.